und willkommen zum neuer part volle spät angekommen kann ich freue mich so drauf heute obwohl ich gerade in der letzten welt bin hier im vulkan in der vulkan map oder in der vulkan sache hier ja ich habe gerade ein feld video aufgenommen gerade dass wir aber nicht online kommen weil es verkauft wurde egal jetzt versuche ich nochmals zum zweiten mal jetzt aufzunehmen weil sonst wäre auch diese sequenz gekommen nach drüben wir schon warum na egal ja wir machen uns weiter jetzt auch die suche nach irgendwas und ich freue mich dass wir weitermachen jetzt hier mit dem dritten level von der 8 welt war jetzt mal schon die ersten level gemacht die ersten zwei level gemacht und es wird noch schlimmer ich glaube wir müssen uns gegenseitig die daumen drücken drücken dass wir es auch schaffen dass wir jetzt auch schaffen let's go ich freue mich drauf und viel spaß auch mit diesem video das genau so gruseliger mit dieser höllischen geil musik aber ich finde nicht geil ich finde es nicht so toll wie immer alles sagen ich finde nämlich nicht toll toll ich guten ok musik ich will ok musik nicht besser nicht weniger also sie ist manchmal okay aber manchmal ist ja schon scheiße also manchmal mache ich auch nicht so gerne egal gucken wir schaffen hier diesen bar sache zu erleben weil das ist ja auch eine barby crew level aber die schienen so es geht das los ich habe gar verkackt egal einfach sparen so so natürlich nie auf sparen egal so ist zwar sowas noch mal von vorne diese bekommen und nein das ist das wird schwer oder ja ich habe mir auch mega aus hier finde ich ja oh gott das war fies das ist gut schwer glaube ich merke jetzt schon ich merke jetzt schon das ist so schwer also ich habe ein bisschen angst davor ich habe auch angst vor meiner ganzen phase die ich gerade euch zeige gerade ja ich habe drei probleme hier wie ihr seht mit diesem ganzen aufwunder nein oh gott oh gott oh gott ja ich bin manchmal auch in diesem game nicht so toll also müsst ihr auch wissen ich bin nicht so toll in diesem game aber manchmal auch schon es gibt manchmal skillige parts und auch schlechte bars manchmal so aber wir schauen ob wir es heute gut schaffen heute schon gut gut schaffen so genau spaß jetzt vielleicht besser schaffen ja schon viel irgendwie hier und er macht los er versucht jetzt das beste zu tun ein super assistent ist genau so das können wir auch allein machen oder jetzt machen wir jetzt alle ab jetzt machen wir die natürlich junge ich bin ja auch aus hier halt einfach heilt die klappe er ist echt eine frechheit also ernsthaft was ich hier will was ich mir so gerade hier so leiste also nicht die spiele sind schuld an die spielentwickler auf keinen fall ich bin schuld weil ich also das nicht kann ja ja ja